Onside, Backside, Lang, Kurz, Heaven, Hell, Mitte, Main, Link, Cubby, Lobby. Es gibt so viele verschiedene Callouts in Valorant, damit ihr die Position vom Gegner so genau wie möglich bestimmen könnt. Allerdings nutzen manche Spieler die Möglichkeit nicht, ihrem Team diese Information zu geben, weil sie es nicht wissen. Dabei ist es im Vergleich zu gutem Aim so schnell erlernt und bringt euch so viel Potenzial. Daher werden wir heute in dem Guide auf die Callouts eingehen, damit ihr erstens selbst Callouts für eure Mates geben könnt und natürlich auch die Callouts, die ihr von euren Mates bekommt, verarbeiten könnt. Und als allererstes solltet ihr dabei euer Spiel mal auf Englisch stellen. Dafür loggt ihr euch einfach aus und stellt im Kleinen die Sprache auf Englisch um. Denn dann werden auch die Bezeichnungen auf der Karte euch auf Englisch angezeigt, was es euch schon mal um ein Vielfaches vereinfacht, die Begriffe direkt richtig zu lernen. Da Englisch nun mal die Weltsprache ist und zudem Orte wie Midlink auch etwas leichter von der Zunge gehen als Mitteverbindung. Dass Riot Games das Ganze tatsächlich 1 zu 1 so ins Deutsch übersetzt hat, habe ich im Übrigen auch erst selber erfahren, als ich für das Video meinen Client kurzzeitig auf Deutsch umgestellt hatte. Habt ihr euer Spiel jedoch nun umgestellt, werden euch die wichtigsten Begriffe nun auch auf der Karte angezeigt, allerdings lange noch nicht alle. Da ich euch jedoch nicht alle Positionen auf allen Maps einfach runterrattern möchte, werde ich euch wieder erklären, wie man zu den Callouts kommt. Im Endeffekt ist es dabei auch ziemlich einfach. Man versucht einfach den Ort so kurz wie möglich zu beschreiben. So werden lange Wege zu einem Spot, gerne als lang bzw. long genannt, und kurze Wege eben kurz oder short. Heaven, zu Deutsch Himmel, bezeichnet dabei immer die höhere Ebene, also meistens irgendeine obere Etage, oder Hell, zu Deutsch Hölle oder Underhaven, also unter dem Himmel, dem Bereich darunter. Viele von diesen Begriffen kommen eben auch von Counter-Strike, so zum Beispiel auch die Begriffe City und Tee, was für Terrorists, also Terroristen und Counter-Terrorists stehen. Da in CS sich eben diese beiden Teams bekämpfen. Bereiche bzw. Gänge, die vom City-Spawn, also dem Verteidiger-Spawn, zu einem Punkt führen, werden dann auch eben gerne mal City gecallt, weil von dort eben die Verteidiger kommen, wenn sie rotieren. Auf Bind würde man also City callen, wenn die Gegner gerade zum Spot rotieren und aus diesen Gängen kommen. Der Begriff City ist dabei also nicht unbedingt ein Ort, sondern ein relativer Call und gibt quasi die Richtung an, von wo die Gegner kommen. On-Site und Back-Site sind dabei Begriffe, die recht schnell erklärt sind und eure Calls auch nochmal effektiver gestalten. On-Site bedeutet nämlich, dass der Gegner in Sicht ist, wenn ihr auf den Punkt schaut, und Back-Site bedeutet, dass er hinter irgendeinem Objekt auf dem Punkt steht. In dem Moment, wo die Gegner also aus dem Fenster aus Hooker rausspringen, sind sie On-Site, während ihr in der Regel Elbow oder Back-Site steht. Und falls ihr euch fragt, warum viele Spieler B-Window auch Hooker nennen, liegt es eben daran, dass es so ein bisschen aussieht wie eine Shisha-Bar. Einbuchtungen, von denen es gefühlt auf jeder Map ein paar zu viel gibt, werden dabei gerne als Cabi bezeichnet und Boxen werden dabei gerne einfach gezählt und entweder als Double-Box oder Triple-Box gecallt. So könnt ihr dann auf den Spots euren Mates auch spezifischere Calls geben. Mit den ganzen Calls und Positionen kommen jedoch noch zwei Aspekte mit einher. Das eine ist das Ping-System und das andere ist euer Headset bzw. der Sound. Denn wo die Gegner sind, könnt ihr meistens nicht nur mit dem Auge, sondern eben auch mit eurem Ohr identifizieren, denn abgesehen davon, dass ihr nun mit dem neuen HRTF-Feature, nun jeder mit seinem Headset orten kann, von wo die Geräte kommen, sind die Maps absichtlich so designt, dass die Schritte auch unterschiedliche Geräusche machen, je nachdem wo ihr euch gerade befindet. Achtet also bei Bind auf den Sand, bei Haven beispielsweise auf das Holz, bei Split auf das Metall oder das bekannteste wohl bei Ascent auf den Matsch. Damit könnt ihr nämlich schon euren Mates Info geben, wo die Gegner sind, ohne sich spotten zu müssen, wodurch eure Mates früher rotieren können oder sich eben entsprechend vorbereiten können. Wenn ihr also beispielsweise auf Bind in Elbow steht, auf B, und ihr hört ganz viele Sand-Steps, dann werden höchstwahrscheinlich sehr viele Gegner gerade lang hochpushen. Und für diejenigen, die vielleicht auch nicht allzu lange Valorant spielen, achtet gerne mal beim Spielen darauf, welchen Sound eure Schritte machen, abhängig davon, wo ihr euch gerade bewegt. Denn wenn ihr das verinnerlicht, werdet ihr merken, dass ihr noch präziser identifizieren könnt, wo die Gegner gerade sind. Und natürlich könnt ihr eben auch mit dem Ping-System arbeiten. Vor allem, wenn ihr tot seid, könnt ihr euren Mates helfen, indem ihr die Gegner pingt und die Callouts gebt. Insbesondere, wenn ihr nicht Full-Squad seid, könnt ihr anstatt euren Freunden den Randoms zuschauen, die eventuell eben nicht kommunizieren, und euren Freunden dann die Callouts geben, die die Randoms eigentlich machen müssten. Oder verwendet die Pings, um eure Mates eben zu zeigen, wo sie hinschauen sollen oder wo jemand sein könnte. Und traut euch ruhig, auch mal neue Callouts zu erfinden, denn es ist nun mal nicht jeder Spot benannt. Und so verwenden wir beispielsweise für Gegner, die hier stehen, gerne den Call-Blumen-Vase oder für die Ecken hier auf Icebox rechts und links eben Günther und Anti-Günther. Wir haben uns das Ganze eben einfach ausgedacht. Solange ihr im Team alle wisst, was gemeint ist, könnt ihr damit auch so verfahren. Randoms werden damit natürlich eben nicht ganz so viel anfangen können, aber ihr könnt natürlich immer noch mit links und rechts, beziehungsweise auch den Pings arbeiten. Was im Übrigen auch viel wert ist, ist nicht nur zu kohlen, wo die Gegner sind, sondern wo die Gegner nicht sind. Wenn ihr nämlich beispielsweise, wie wir jetzt hier auf C lang komplett rausgepusht seid, auf Haven, dann könnt ihr nämlich auch eurem Team den Call geben, dass C-Lobby clear ist, womit sie eben ausschließen können, wo die Gegner sind. Also C in diesem Fall nicht, das heißt, es kann dann nur noch vor Mitte sein oder A. Das heißt, euer Team kann sich eben schon mal dementsprechend anpassen. Und macht euch keine Sorgen, wenn ihr die Callouts mal nicht kennt. Dann öffnet einfach die Map und schaut eben nochmal kurz nach. Falls ihr die Bezeichnung auf der Map nicht sehen solltet, dann achtet darauf, dass ihr in den Einstellungen diese auf Always gestellt habt. Und außerdem könnt ihr dort auch noch vieles mehr für die Minimap einstellen. Zum Schluss will ich euch nochmal mitgeben, dass Kommunikation in Valorant wirklich wichtig ist. Ich selbst kann euch aus Erfahrung sagen, dass Callouts alleine ausreichen können, um euch eben anstatt der Niederlage den Sieg zu bescheren. Ansonsten soll es das jetzt erstmal gewesen sein. Abonniert gerne den Kanal, wenn es euch gefallen hat. Hier gibt es nämlich jeden Freitag aufs Neue einen Guide. In diesem Sinne wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Zocken. Haut rein!